Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krodos Computer und zwar mit dem Gaming PC DasMonte Edition 4070 für 1500 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von RISE Classic EU. Ich denke mal, so wird das ausgesprochen. Der hat diesen Link hier reingepostet und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist absolut kein Fake. So wird das System auch aussehen, wenn es zu euch nach Hause kommt. Das einzige, was variieren kann, ist die Grafikkarte. Das kann anstatt einer MSI auch eine GainWard oder so werden. Das tut sich aber nicht viel. Die sind leistungstechnisch alle relativ gleich. Hier sehen wir es auch noch mal ganz gut. Hier ist dieser Fortis Kühler. Den hatte ich ja auch selber schon im Test. Der hat auch relativ gut abgeschnitten, obwohl er so günstig ist. Hier haben wir das Gigabyte Board. Die Grafikkarte lässt wie immer den Arsch hängen. Aber es ist halt wirklich ein gutes Bild davon. Bis auf die Grafikkarte ist alles richtig so. Das finde ich gut, weil normalerweise nimmt man halt nur das Gehäusebild oder eben wirklich das System, wie es eins zu eins aussieht. Und viele übertreiben, wenn man mit RGB wegen bliehen und so. Hier ist kein RGB drin. Wird da auch nicht gezeigt. Ist okay. Monty hat dazu scheinbar auch ein Video gemacht. Also das ist ja basierend auf diesem Content Creator das Monty. Aber das Video habe ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt. Ich gehe jetzt einfach so rein wie immer und gucke mir die Liste an und dann schauen wir mal, ob das System in Ordnung ist. Das Gehäuse ist ein Adata XPG Stalker Air. Das bringt schon 120 mm Lüfter in der Front mit und einen im Heck. Das heißt, der Airflow ist soweit schon mal gegeben. Die Komponenten, die hier drin sind, erzeugen sowieso nicht so viel Hitze. Es ist aber zumindest gut, dass dieser Luftstrom halt wirklich da ist. Man kann das Ganze natürlich noch verfeinern, indem man noch mehr Lüfter in die Front einbaut oder irgendwie nach oben oder so oder eine Wasserkühlung nimmt. Aber das ist soweit schon mal okay. Das würde ich tatsächlich auch gerne mal testen, das Gehäuse. Das scheint actually gar nicht so schlecht zu sein. Vor allen Dingen mit dieser Meshfront. Ihr habt da schön die Glasscheibe und so. Das sieht eigentlich recht gut aus. Und das kostet auch gerade mal 75,31 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-13600KF. Der hat 14 Kerne, 6 Performance- und 8 Efficiency-Kerne bzw. 20 Threads, 12 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Der hat eine TDP von 125 Watt, kann sich aber auch über einen gewissen Zeitraum 181 Watt reinpfeifen. Sind glaube ich 56 Sekunden oder so. Dann geht er wieder auf seinen Base-Clock zurück. Das ist schon eine ganze Menge. Aber der Kühler, der hier verbaut ist, den hatte ich ja selber sogar schon im Test. Und der kann sogar 190 Watt halten von einem 12700K. Über 10 Minuten Cinebench. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass das Teil eine halbe Stunde lang, wenn ihr da über den Prozessor rendert, das so hält. Aber hierfür reicht der Kühler zumindest. Kommen wir aber gleich noch zu. Und da unterstützt offiziell DDR5 5600MTS oder DDR4 3200MTS. Könnt ihr wie immer schneller betreiben. Wisst ihr ja, bei DDR5 zum Beispiel könnt ihr da 6400, 6800 ruhig draufgeben. Oder bei DDR4 halt einfach 3600 oder gar 4000. Den Prozessor habe ich selber auch als K-Variante. Ich wollte schon die interne Grafikeinheit haben, falls mal die Grafikkarte irgendwie eine Grätsche macht. Aber das ist echt ein guter Prozessor zum Streamen, zum Rendern, zum Zocken. Also was Stärkeres braucht ihr eigentlich auch nicht. Natürlich könnt ihr euch einen 13700er holen, aber die meisten werden diese Leistung einfach nicht brauchen. Und der Aufpreis ist einfach nicht gerechtfertigt dann. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl, passt auch gut in diesen Preispunkt vom PC rein. Und der kostet 291,99€ bei Amazon. Die Grafikkarte ist ein Nvidia RTX 4070 12GB. Hier muss man wieder ganz klar unterscheiden, es ist nicht die 4070 Ti, die ist nochmal deutlich schneller. Es ist nur die 4070. Die reicht für Full HD Gaming ganz locker, WQHD auch. 4K ist so ein Thema. Kommt auf das Game an. Ihr könnt die meisten Spiele in 4K auf jeden Fall auf mittleren Einstellungen irgendwie spielen. Aber für WQHD, was die meisten halt zocken, reicht die völlig aus. Wie gesagt, es kann jetzt eine MSI sein, es kann auch die GainWard sein. Das ist nicht festgeschrieben, aber die unterscheiden sich nicht großartig von der Leistung. Das ist schon in Ordnung so. Den FPS, das dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 599€ bei Alternate. Der Arbeitsspeicher G-Skill Ripshot 5, 32GB DDR4, 3600MB CL18. Erstmal haben wir hier Dual Channel, also 2x16GB. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Solltet ihr einen PC haben, wo nur ein Riegel drin ist, seht zu, dass ihr euch noch einen zweiten dabei holt. Da habt ihr wirklich mehr Performance. 3600MTS ist geil, weil es über den 3200 die Intel quasi vorschlägt. CL18, ja gut, es gibt bessere. CL17, CL16 zum Beispiel, klar. Aber CL18 ist schon okay. 32GB in einem 1500€-System sollte man auch mittlerweile machen, weil die Speicherlösungen einfach mittlerweile so günstig geworden sind. Und 32GB braucht man auch für die aktuellen Spiele. Man sieht es ganz besonders bei Hogwarts Legacy, auch in WQHD und so. Der rammelt euch den Speicher voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hat jetzt natürlich keine RGB-Beleuchtung oder so, aber das ganze System ist sowieso ein bisschen non-RGB ausgelegt. Von daher passt das. Und der kostet 69,62€ bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Einige von euch werden das Board kennen. Das benutze ich persönlich immer, wenn ich irgendwelche Gehäuse-Reviews mache, dann baue ich ja auch immer ein PC mit ein. Das heißt, ich habe es selber zu Hause. Natürlich könnte man jetzt sagen, B760 bei AMK-Prozessor, wo ist das mit dem Übertakten? Aber ich habe halt festgestellt, dass wirklich die Zuschauer von mir meistens gar nicht übertakten wollen. Von daher ist B760 auch okay. Das ist auch ein Full-ATX-Mainboard, also nicht so ein kleines Mini-Board in so einem Case, sondern es passt genau da rein. Wir haben gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann die SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier können noch zwei weitere SSDs verbaut werden und hier unten könnt ihr noch Erweiterungskarten wie eine Capture-Karte oder ähnliches anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 und dann noch die Onboard-Grafik, die ihr hier aber sowieso nicht benutzen könnt, weil das ein KF-Prozessor ist. Ist aber egal, zieht das Bild über die Grafikkarte. Das ist ein grundsolides Board. Ist nichts Besonderes hier schön mit Bling-Bling oder so, aber es funktioniert und das ist gut. Ihr habt die Erweiterungsmöglichkeiten, das passt. Und das kostet 139,90 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine FASTRO MS150 1TB M.2 PCI-Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Ist nicht die schnellste. Also da gibt es deutlich bessere SSDs, auch in diesem Preisbereich, teilweise schon mit 3500 MB die Sekunde lesen, schreiben. Ihr werdet es nicht großartig merken. Es kann sein, dass ein Game dann mal drei bis vier Sekunden länger lädt oder ähnliches, aber ja, für den normalen Gamer reicht es halt einfach. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, ja, die SSD hat aber TLC-Speicher, was schon mal besser ist als QLC-Speicher. Aber auch da sage ich euch, für den normalen Gamer, ihr schreibt nicht jeden Tag Terabytes an Daten hin und her, von daher ist es auch relativ wurscht. Ist nett, dass sie drin ist, ja, qualitativ gesehen, geschwindigkeitstechnisch halt eher nicht so. Ein Terabyte bei 1500 Euro, da gehe ich noch mit. Das kann man machen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zwei Terabyte reinschmeißen, aber ist jetzt kein Muss. Ist halt nice to have, weil einige Spiele der echt groß sind. Zur Not nutzt einfach diese beiden Erweiterungsslots auf dem Mainboard und knallt euch noch zwei SSDs oder eine mit dabei. Und die kostet 42,48 Euro beim Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Ender 5 Fortis 5. Habe ich schon getestet, hat gut abgeschnitten. Das Review dazu findet ihr auf meinem Kanal. War vor ungefähr zwei oder drei Wochen, da hatte ich das auf jeden Fall released. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Das schafft er über eine gewisse Zeit. Irgendwann wird die ganze Kiste einfach zu warm und dann ist es so. Aber wenn ihr ganz normal daddelt, reicht er auf jeden Fall aus. Nichts besonderes, qualitativ okay. Ja, es kann jetzt nicht irgendwie mit Bequiet mithalten, wenn man da so einen Shadowrock oder so in die Hand nimmt, das ist klar. Aber der reicht, wie gesagt, für den Prozessor locker aus. Und der kostet 41,80 Euro bei Reichelt.de. Das Netzteil ist ein EVGA GD600 Watt Gold. Das hat fünf Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ja, kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Ich habe eben in der PSU-T-List nachgeschaut. Das Ding, das bewegt sich zwischen C und B. Ich weiß nicht, welches genau da reinwandert. Wenn es jetzt hier oben die Variante sein soll, gibt es keine 600 Watt, sondern nur 550 und 650. Welches es davon genau ist, weiß ich leider nicht. 600 Watt reichen erstmal grundsätzlich für das System aus. Wenn ihr später noch erweitern wollt, zum Beispiel irgendwie eine stärkere Grafikkarte reinschmeißen wollt, zum Beispiel eine 4080 oder so, würde ich überlegen, vielleicht ein stärkeres zu nehmen. Für das System reicht es jetzt. Wie gesagt, ist nichts Besonderes, leider auch kein Kabelmanagement, aber das interessiert die meisten ja sowieso nicht, wenn sie einen Fertig-PC kaufen. Und das kostet 61,96 Euro bei computeruniverse.net. Betriebssystem Windows 11 Testversion vorinstalliert ohne Key. Das bedeutet, wir berechnen das nicht mit ein. Ihr könnt für die Installation, weiß ich nicht, vielleicht noch 25 oder 30 Euro rechnen. Und ich glaube, Dubaro nimmt für das reine Vorinstallieren ohne Key auch so um die 30 Euro. Und da wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.322,06 Euro. Jetzt kann man natürlich noch diese 30 Euro draufrechnen. Müsst ihr entscheiden. Ich nehme jetzt erstmal diesen Preis. Und das Ding soll 1.500 Euro kosten. Würdet ihr die Komponenten jetzt alle bei Mindfactory finden, würdet die da zusammenbauen lassen, hättet ihr einen Aufpreis von 190 Euro und hättet noch kein Windows 4 installiert. Hier seid ihr bei knapp 190 Euro oder 180 so um den Dreh und bekommt noch Windows 4 installiert ohne Key. Das ist jetzt kein Megaschnäppchen. Es ist aber ein faires Angebot. Anders kann man das nicht nennen. Die Konfiguration ist in Ordnung. Die SSD fand ich ein bisschen schade, weil die halt so langsam ist. Aber ist euch als Gamer erstmal wurscht. Also ich kann den durchaus empfehlen. Aber ihr werdet sehr wahrscheinlich bei anderen Systemintegratoren bestimmt mal irgendwie ein Angebot finden, wo dann anstatt einer 4070 vielleicht sogar eine TI drin ist oder zwei Terabyte Speicher oder so. Aber so Standalone ist es erstmal in Ordnung. Wenn ihr jetzt irgendwas anderes findet, was ähnlich ist vom Systemaufbau her, postet es gerne unten in die Kommentarsektion von meinem Video. Das Ding ist einfach nur bitte keine Links posten, sondern einfach sagen, ey, ich habe unter der Artikelnummer das und das gefunden, weil YouTube die einfach löscht. Und lasst mir auch mal bitte Feedback da, was das Mikrofon angeht. Das ist ja jetzt mein neues Mikrofon, was ich ja gereviewt habe, ob euch die Soundqualität so gefällt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.